Frisch Geflügel Klaus Schon seit über 25 Jahren handelt das Familienunternehmen mit frischem Geflügel. Durch die Zusammenarbeit mit vielen großen europäischen Schlachthöfen können wir schnell und zuverlässig tagesfrische Ware innerhalb 24 Stunden ausliefern. Aus Westerstede beliefert das Verkaufsteam ganz Deutschland und international die Kunden. Auch regional versorgt sie Frisch Geflügel Klaus mit frischer Hausmannskost, der hauseigenen Marke Mutter Alma. Hühnersuppe und Hühnerfrikassee nach altem Familienrezept zubereitet und haltbar verpackt. Die Gerichte werden ausschließlich aus besten, kontrollierten Zutaten und ohne Geschmacksverstärker zubereitet. So schmeckt die Feinköstlichkeit wie in der guten alten Zeit, eben wie bei Mutter Alma. Frisch Geflügel Klaus – Qualität und Service mit Garantie.